guten morgen hallo meine freunde da bin ich wieder euer senior gamer mit einem neuen abenteuer hier in medievil dynasty könnt den kanal gern abonnieren das klöckchen aktivieren damit ihr kein weiteres video verpasst wir sind an der höhle wir haben hier genächtigt gestern abend hatten wir noch einen schweren kampf mit den zwei bären die hier umgeschlichen sind wir haben es aber geschafft wir haben die zwei platt gemacht und jetzt werden wir hier versuchen erst einmal ein material lager zu bauen das ist wichtig und dann können wir hier noch ein haus bauen oder mehrere häuser bauen zwei oder drei ich denke mal drei denn sechs mann können in dieser mine arbeiten damit nur für diese ich sag mal drei pärchen die hier oben arbeiten werden auch unterkünfte haben so jetzt noch mal erst mal unsere schaufel wieder und buddeln hier die dinge ich hoffe doch wir haben auch noch gebratenes fleisch drin dass die vier jetzt nicht jeden tag kommen oder jede jahreszeit kommen wir werden sehen sprach der blinde kann man wieder nicht ausbuddeln weil da einem stein liegt oder naja da hatten wir gemacht alles gut gut das hebt man noch auf die beeren geben ja auch wieder fleisch die werden wir noch erst einmal breiten denke ich mir mit mir hier oben wir werden bestimmt den ganzen sommer hier oben verbringen um häuser zu bauen so jetzt wollen wir erst mal wenn es klappt hierher ein materiallager ich hoffe dass es hierher passt kuh bauen lager und zwar ein materiallager 2 wird noch nicht gehen wir werden wohl doch noch ein paar bürgen hier weg weg mit müssen alles klar das ist ja ziemlich groß also machen wir gleich mal weiter packen wir jetzt erst mal unsere stämme die wir haben alle hierher also auf alle fälle muss bauhütte haben wir jetzt freigeschalten das ist gut bekammer nach und das jetzt oder sind herrscher oder was war das jetzt nicht dass die bären schon wieder sind auch das näht das sind herrscher alles klar also wir könnten ja eins machen wir könnten ja dann mal in der jagdhütte hier her war wir müssten die doch eigentlich die bären bekämpfen denke ich mal sowas haben wir den jäger ach da haben wir jetzt neuner brauchen wir noch schauen wir mal was noch bekannt brauchen wir uns mal von beiden an die hier nicht das müsste jetzt eigentlich schon her lassen also machen wir mal diese hier noch weg so liegt jetzt hier noch mal rum da gucken wir mal ob hier noch steine her liegen steine die die man nicht zubütteln die steckchen interessieren mich nicht so aber alles was an steinen hier rumliegt und halt den breitblättern den brauchen wir falls doch noch denn die haben uns schon ganz schön ohne gefressen die die bären die bären da brauchen wir schon ein bisschen nachschub von breitblättrigen wegreich so jetzt müsste aber unsere unser ding hierher passen wird kuh und bauen jetzt perfekt jetzt pass her sehen wie weit man vorken ein stück hier rüber mal sehen wie weit man noch vorken aber ganz schön weit der speicherung hier hin sind hätte immer gedacht das war ein weg das ist auch kein weg wir legen uns aber jetzt im weg hier und hier nach oben und schon hier nach hier unten alles klar jetzt nehmen wir uns hier noch von der hälfte von von den holzstämmen ne x hälfte schmeißen wir weg 25 haben auch sind die haupte haben wir nicht auf vier was haben wir denn den hammeren gelegt habe ich jetzt gehen hammer doch den weg man dürfte viel das dort brauchen wir hier oben alles klar also das nächste was wir uns damit man bretter produzieren kann nicht dass man die von unten vom dorf diese hochschleppen müssen außerdem kennen wir baumaterial immer hier oben gebraucht alles klar wir nehmen uns jetzt die stämme und bauen und setzt gleich hier ein holzschub weil ich hier dahinter genau hier her gewinnung holzschuppen 2 der passt ja her wie die faust aufs auge hier brauchen wir dürfen dass wir noch sechs bretter einstecken haben hier ist ein holzstamm nicht dass wir jetzt doch wirklich von unten noch bretter hoch holen müssen die haben wir doch oben ne das sind glaubt bloß noch drei drinnen glaube nicht dass wir hier oben noch in der kiste sechs bretter haben glaube ich bloß drei drei stück die 20 bretter mitnehmen naja nun kann man es auch nicht mehr ändern aber wir kriegen unsere kleine außen unseren kleinen außen posten hierhin alles klar wir nehmen jetzt mal die axt und wir werden den tag hier oben damit verbringen jetzt erst einmal kommt aus du zusammen und 6 8 8 6 10 10 11 12 10 essen müssen wir mal was wir haben aber noch gebratenes fleisch in unserer kiste da wollen wir uns gleich mal was ich das ist jetzt nahrungsmittellager drei haben noch freigeschalten alles klar und da werden wir uns auch gleich hier oben in drei herr bahn denke ich mir haben da war man gar nicht erst in zwei bahn so jetzt wollen wir auch mit die holzstämme ablegen steine und alles über mehr auch weglegen fleisch haben wir noch 50 mal drin und wir haben doch kult sub meinstädt da brauchen wir doch gar nicht dort hoch zu flitzen aber wir tun mal die pelze weg ff nicht f das fleisch aus xdf die holz schalen immer alles jetzt ja dann haben wir noch vorbei moment die welt xdf die steine alles herrschmeißen die stecke 244 stecke durchfällen so und jetzt nehmen wir uns die schaufel die haben auf der 5 das müssen wir doch schon das erste haus hierher kriegt oder auch holzstämme alles klar bauern also doch wie weit wir noch hinten gehen können natürlich 5 und dann schauen wir uns so dann wie es steht steht perfekt leute oder der axt raus jetzt geht es hier weiter bauern 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir brauchen auf alle Fälle ein viertes Haus hier unten, vielleicht sogar ein fünftes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020